In Bangladesch ist in einem beliebten Bekleidungsmarkt der Hauptstadt Dakar ein Großbrand ausgebrochen. Opfer wurden bisher keine gemeldet. Das Feuer brach am frühen Morgen aus. 47 Feuerwehreinheiten versuchten, die Flammen auf dem Markt zu löschen. Die Ursache des Großbrandes ist bisher unbekannt. In Bangladesch kommt es wegen der laxen Überwachung und fehlender Brandschutzvorkehrungen häufig zu Bränden, gerade in der Bekleidungsindustrie. In der Vergangenheit ist es dort zu massiven Brandkatastrophen gekommen.